In diesem Video möchte ich die neue Google Suchergebnis Vorschau von Contao 4.9 vorstellen. Du findest das Ganze auf der Seitenstruktur und zwar werde ich hier einfach im Seitenbaum jetzt eine Seite bearbeiten und ab sofort findest du hier bei den Metadaten den neuen Eintrag Google Suchergebnis Vorschau. Diese Vorschau hilft dir nun, wie deine Ergebnisse bei Google angezeigt werden. Wichtiger Hinweis vorab, das Ganze ist nicht verbindlich. Google hat natürlich immer noch die Freiheit, bestimmte Dinge anders anzuzeigen, aber es gibt hier schon mal eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass Google das dann später so anzeigen wird. Was haben wir nun für Möglichkeiten und wie verändert sich die ganze Suchergebnis Vorschau? Wenn wir hier oben den Seitenname haben und die haben nichts im Seitentitel, dann wird einfach 1 zu 1 der Seitenname hier in den Seitentitel übernommen. Wenn ich hier etwas eintrage, dann wird das Ganze natürlich überschrieben, das heißt ich könnte hier Textelemente von Contao hineinschreiben und du siehst schon, bei Google würde das dann so dargestellt. Die nächste Möglichkeit ist, dass ich die Beschreibung der Seite eingeben kann. Das ist im Moment jetzt leer, das heißt unterhalb des Titels wird im Moment nichts angezeigt. Allerdings kann ich natürlich hier einen Text eingeben. Wie du siehst, erscheint jetzt hier unten in der Suchergebnis Vorschau auch dieser Text. Der Text sollte nicht zu lang sein. Was hier im Moment aktuell ist, musst du jeweils in den Suchergebnissen nachprüfen, aber in der Regel sind 160 Zeichen ein guter Anhaltspunkt. Als nächstes können wir auch hier noch die URL beeinflussen, das heißt, wenn ich hier oben den Seitenalias ändere und hier zum Beispiel Textelemente Contao hineinschreibe, dann siehst du auch hier, dass letztendlich diese Adresse hier angepasst wird. Mit dieser Funktion hat der Redakteur es natürlich nun wesentlich einfacher zu verstehen, wenn irgendwo Änderungen gemacht werden, wie sich diese dann bei den Suchergebnissen von Google auswirken. Bisher konntest du diese Funktion nur über eine Erweiterung ermöglichen. Ab Contao 4.9 ist das Ganze eben im Core enthalten und die neue Contao 4.9 wird aller Voraussicht nach Mitte Februar veröffentlicht und zwar ist es geplant für die KW8. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und wenn du kein weiteres Video mehr von mir verpassen möchtest, dann klicke auch auf Abonnieren und am besten aktivierst du auch noch gleich die Glocke, so dass du kein Video mehr von uns verpasst. Eine� Ein Untertitelung des ZDF für funk, 2017